Ja, Neuauflage, ja oder nein, soweit sind wir noch lange nicht, denn der jetzige Stand Innenminister Herbert Kickl muss weg, da sagt der Bundeskanzler. Und dazu begrüße ich jetzt im Studio den designierten FPÖ-Obmann Norbert Hofer. Guten Abend. Guten Abend. Herr Hofer, wie geht es jetzt weiter? Was passiert? Warten Sie bis zur Entlassung von Innenminister Herbert Kickl oder räumen die FPÖ-Minister auch sich schon ihre Büros? Nun, wir wissen, dass Herbert Kickl entlassen wird, das ist klar und das ist für uns auch selbstverständlich, dass wir hier auch niemanden im Regen stehen lassen und solidarisch sind. Das ist ja niemandem zu erklären, dass nach diesem ganzen Skandal, den wir erlebt haben, die Person, die noch nie in Ibiza war, jetzt zurücktreten soll. Also das wird es mit uns nicht geben. Gut, aber Herbert Kickl war zu diesem Zeitpunkt Generalsekretär der Partei Dreh- und Angelpunkt, muss also über die Finanzen Bescheid gewusst haben. Und deswegen verlangte auch der Bundeskanzler seine Entlassung, so die Begründung. Das weiß ich wirklich zurück. Die Gespräche, die dort stattgefunden haben in Ibiza und das, was ich jetzt gesehen habe in den Büchern der Partei, zeigen, dass niemals tätige Gelder eingegangen sind. Also jetzt da jemanden vorzuwerfen, er hätte über die Finanzen Bescheid gewusst, ja, aber es sind tätige Gelder nie eingegangen. Das heißt, können wir die Frage schon vorziehen, Sie schließen hier und heute aus. Die FPÖ hat niemals Spenden, auch über Vereine, wie gestern die C2 berichtet hat, angenommen und Herbert Kickl wusste von nichts. Auch nicht von diesem Angebot, Steuergelder für eine Parteispende, das Heinz-Christian Strache hier in Ibiza gemacht hat. Es wurde ja auch gesagt in diesem Video, dass Haselstein und andere keine Aufträge mehr bekommen sollen. Ich war als Minister verantwortlich für Infrastruktur und habe niemals Einfluss genommen bei der ASFINAG oder ÖBB, wer dort Aufträge bekommen soll. Es wurde auch nie jemand, nie an mich der Wunsch hat angetragen, Einfluss zu nehmen. Ich hätte das nie getan. Das heißt, alles, was dort gesagt worden ist, ist wirklich Schall und Rauch und frei erfunden. Gut, Sie beharren auf Innenminister Herbert Kickl und wollen aber die Stabilität, sagen Sie, gewährleisten in dieser Übergangsregierung. Jetzt hätten Sie ja einlenken können und Herbert Kickl selber zurücktreten, zumal das Vertrauen schon so beschädigt ist, wenn er dem Kanzler, Zitat, Machtbesoffenheit vorwirft. Was soll da noch gehen? Also wir haben die Regierung nicht aufgekündigt. Das ist eine Regierung, die war, glaube ich, die beliebste seit vielen, vielen Jahren hier in Österreich. Wir haben extrem viel weitergebracht. Es gibt dieses Skandalvideo, der Parteiabend hat die Konsequenzen gezogen, ist zurückgetreten. Das heißt, es wäre dem Möglichen gewesen, auch wirklich weiterzuarbeiten. Ich finde es extrem schade, dass das nicht getan wurde und dass es nicht möglich war. Wir hätten noch vieles machen können. Wie soll denn das funktionieren, Herr Hofer, wenn das Verhältnis so zerrüttet ist, dass man dem Kanzler Machtbesoffenheit vorwirft? Wenn der Kanzler dem Innenminister nicht mehr vertraut, weil er sagt, er kann keine lückenlose Aufarbeitung gewährleisten? Und wie soll das dann funktionieren? Nun, zunächst war das Verhältnis bis Stunden, bevor das Video bekannt geworden ist, nicht zerrüttet. Das heißt, die eigentliche Ursache war dieses Video. Es tritt der Parteiotabend zurück, macht den Weg frei, damit die Arbeit auch weitergehen kann. Und Herbert Kickl hat damit überhaupt nichts zu tun. Und das ist das, was es sehr schwierig macht, denn wir hätten die Arbeit auch wirklich fortsetzen können. Jetzt kenne ich mich nicht aus. Warum halten Sie aber dann am Innenminister fest, wenn er heute selber postet, es hätte noch eine andere Variante gegeben, nämlich, er stellt die Frage, Herbert Kickl, warum kann nicht ein anderer, freiheitlicher, neuer Innenminister werden? Hätte er den Platz freigemacht? Tja, ja, das frage ich mich auch. Und ich sage noch was. Hätte er den Platz freigemacht? Ja, natürlich. Hat der Bundeskanzler abgelehnt? Er wollte, dass eine Person, die nicht freiheitlich ist, diesen Platz einnimmt. Ein ÖVP. Und wenn ich mal auch sagen darf, decken Sie an den Skandal rund um Strasser, den damaligen Ex-Innenminister. Ja, wer hat denn damals die Funktion des Justizministers und des Innenministers inne gehabt? Auch zwei Personen von der ÖVP. Und das heißt nicht, dass wenn die Ministerien von derselben Personen besetzt werden, dass nicht die Ermittlungen gut funktionieren. Man muss schon auch Vertrauen in den Beamtenapparat haben. Das heißt, hier werden verschiedene Maßstäbe angelegt und das war für uns schwer verständlich. Gut, wenn Sie sagen Ihnen Beamtenapparat, da hat am Freitag Innenminister Kickl seinen umstrittenen Generalsekretär Goldgruber zum obersten Polizisten des Landes gemacht. Der bezweifelt aber eben genau aufgrund dieser Beamtenschaft, dass es dann lückenlose Aufklärung geben würde. Also, dass er umstritten ist, das sagen Sie. Ich kann Ihnen eines sagen, ich habe gesehen im Rahmen der Ratspräsidentschaft, dass der Beamtenapparat in Österreich sehr gut funktioniert. Auch in meinem Haus der gesamte Erfolg der Ratspräsidentschaft, das verdanken wir der Beamtenschaft in Österreich. Also, wir haben einen guten öffentlichen Dienst. Gut, jetzt wollen wir wissen, wie zerrüttet ist dieses Verhältnis tatsächlich. Harmonisch hat es begonnen, aber eben jetzt geht es um die Entlassung des Innenministers. Das ist nicht irgendwer in der FPÖ. Wird daher Ihre Partei, wenn es nächsten Montag eine Sondersitzung gibt, einen Misstrauensantrag zustimmen, der Bundeskanzler Kurz betrifft? Nun, nochmals, zerrüttet war das alles bis vor wenigen Stundentagen überhaupt nicht. Es war eine wirklich gute Zusammenarbeit. Wir reden ja über das jetzt hier und jetzt. Ja, also jetzt haben wir diese Situation, wo verlangt worden ist, dass Herbert Kickl zurücktritt. Ein Innenminister, der dafür gesorgt hat, dass es in Österreich eine vernünftigere Zuwanderungspolitik gibt, dass sich das Jahr 2015 nicht wiederholt. Aus unserer Sicht wäre ein Rückzug nicht gerechtfertigt. Deswegen sagen wir, wenn das erzwungen wird, wenn Herbert Kickl entlassen wird, dann können wir nicht in der Regierung bleiben. So gern ich diese Aufgabe auch inne hatte und Sie wissen, ich war mit Leib und Seele Verkehrsminister und habe das wirklich gern gemacht. Aber auseinanderdividieren lassen wir uns nicht. Und das ist der große Unterschied, wenn ich das sagen darf, zum Jahr nach 2000. Bevor wir ausholen. Damals, nur ein Satz. Damals hat man einen Spalt in die Partei getrieben und das ist gelungen. Das wird diesmal nicht gelingen. Herr Hofer, die Frage war ganz einfach. Wird die FPÖ einen Misstrauensantrag gegen Bundeskanzler Kurz unterstützen? Die Antwort ist auch ganz einfach, dass wir von den nächsten Stunden abhängen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn einerseits einer Partei uns das Misstrauen ausgesprochen wird und gleichzeitig verlangt wird, dass wir das Vertrauen aussprechen. So viel ich gehört habe, könnten andere Parteien im Parlament einen Misstrauensantrag einbringen. Wir planen das nicht und wir müssen überlegen, ob wir einem derartigen Antrag zustimmen werden. Wovon hängt das ab? Das hängt auch davon ab, wie sich die nächsten Stunden gestalten. Also wer sind die Personen, die dann in der Regierung sitzen werden? Was wird sich im Parlament tun? Und auch die Begründung, warum auch andere Parteien, die auch staatsmännisch sind, auch diesen Misstrauensantrag einbringen werden. Jetzt schließen Sie als designierter FPÖ-Parteiobmann aus, dass jemals illegal Spenden oder Gesetze umgangen worden sind, eben um die Partei zu finanzieren. Es hat sich herausgestellt, das Video ist nicht nur eine besoffene Geschichte, Kontakte gab es auch danach. Was werden Sie ganz konkret für die lückchenlose Aufklärung machen? Werden Sie erstens alle Parteifinanzen offenlegen? Werden Sie alle Wahlkampfspenden, die wurden nämlich, also die Wahlkampfkosten überschritten um fast 4 Millionen Euro online stellen? Und was gedenken Sie noch zu tun? Also zunächst die Wahlkampfkosten werden im nächsten Wahlkampf nicht überschritten werden. Das habe ich schon gesagt, auch gestern im Parteipräsidium. Zweitens, ich habe mir die Spenden angesehen an die Partei in den letzten drei Jahren. Das waren vor allem Kleinspenden. Die größten Spenden, nämlich zwei, haben 10.000 Euro betragen. Also weit davon entfernt, was man sonst von anderen Parteien kennt, wo Unternehmer Hunderttausende Euro bezahlen. Und drittens werde ich dafür sorgen, dass Wirtschaftsprüfer unabhängig die gesamten Parteifinanzen prüfen. Auch jene Vereine, die im Gespräch sind. Und es darf keine Geldflüsse zur Partei geben. Und noch etwas, es wäre mir auch recht, wenn wir vielleicht ein neues System finden würden in Österreich, und da müssen wir auch darüber nachdenken, ob in einem Land, wo auch die Parteienförderung so gut funktioniert, ob nicht Grosspenden insgesamt verboten werden. Heißt das, Herr Hofer, alle Vereine, in denen FPÖ-Funktionäre, Abgeordnete, da gibt es ja mehrere, auch zum Beispiel in Osttirol das Freihändliche Bildungsinstitut, diese Vereine werden ihre Finanzen offenlegen. Dafür werden Sie als Parteiobmann sorgen? Ja, es gibt ja auch Vereine, ich bin Mitglied bei einem Sportfliegerklub oder sonst beim Briefmarkensammelverein, das kann ja wohl nichts damit zu tun haben. Nein, es geht darum... Sie haben ja gerade gesagt, Sie werden auch dafür sorgen, dass diese Transparenz herrscht, was die Vereine und die FPÖ näher anbelangt. Der Punkt ist, dass von Vereinen kein Geld an die Partei fließen darf. Das ist das Wesentliche. Und das habe ich sicherzustellen. Und gleichzeitig müssen jene Vereine, die in einem nahe Verhältnis zur Partei sind, ebenfalls genau geprüft werden. Und ich garantiere, das mache ich auch. Das ist meine Verantwortung als designierter Bundesparteiobmann FPÖ. Die Konsequenz dieses Videos, das Sie selbst unentschuldbar nennen, war, dass Johann Godenus aus der Partei ausgetreten ist. Heinz-Christian Strache ist von allen Funktionen zurückgetreten. Soll er aus der Partei austreten? Hat er dort noch Platz in Ihrer FPÖ? Also er hat einen Schritt gesetzt, der natürlich ein sehr schwerwiegender war und für ihn nicht einfach. Er hat viele, viele Jahre seines Lebens in der Politik verbracht. Und glauben Sie mir, wenn man dann nach so vielen Jahren vor Kamera steht und seinen kompletten Rückzug aus der Politik verkündet, dann ist das etwas Schwieriges und ein großer Schritt. Und ich werde sicherlich, und das kann man von mir nicht verlangen, jemanden Steine nachwerfen. Soll er aus der Partei austreten oder sogar ausgeschlossen sein? Ich werde ihn sicherlich nicht auffordern, aus der Partei auszutreten. Aber jetzt geht es ja um handfeste Vorwürfe, nämlich Steuergelder gegen Parteispenden, die Medien unter die Kontrolle zu bringen. Da sagt er sehr viel über das politische Verständnis. Zum damaligen Zeitpunkt war er nicht nur FPÖ-Obmann, sondern auch Klub-Obmann im Parlament. Können Sie als neuer Partei-Obmann über solche Verfehlungen einfach so hinwegsehen? Absolut nicht in Ordnung. Und er hat trotzdem einen Platz in Ihrer Partei? Absolut nicht in Ordnung. Aber ich sage eines, das alles ist ja nicht passiert. Das alles ist überhaupt nicht passiert. Das wurde angeboten und besprochen. Das ist aber nicht wahr. Und vergessen Sie nicht, dass hier aus dem Ausland in Österreich hineinregiert wird. Bitte vergessen wir bei allem, was in diesem Video ist, die zweite Seite nicht. Hier wurde geplanterweise etwas aufgenommen, um jemanden auch fertig machen zu können. Und dann wartet man zwei Jahre bis wenige Tage vor einer Wahl, um so ein Video zu bringen. Wenn es diesen Herrschaften so wichtig gewesen wäre, hätte man das sofort veröffentlichen müssen. Also da geht es doch um etwas ganz anderes, nämlich auch Wahlen in Österreich zu beeinflussen. Tut aber dem Inhalt, der besprochen wurde, keinen Abbruch. Herr Hofer, jetzt zum dritten Mal. Fliegt die FPÖ aus der Regierung und sie ist daran eigentlich selbst an sich gescheitert. Auch in diesem Fall muss man sagen, warum ist die FPÖ nicht regierungsfähig? Die FPÖ ist regierungsfähig. Ich sage noch einmal, das war die beliebteste Regierung seit vielen, vielen Jahren. Ist an diesem Vorfall gescheitert und nicht daran, dass diese Partei schlecht regiert hätte. Das war eine hervorragende Arbeit und ich glaube auch, dass viele Menschen in Österreich zufrieden waren mit dieser Regierungsarbeit, weil ja sich viele Dinge auch zum Besseren verändert haben in diesem Land. Gut, das sieht zum Beispiel der Partei-Ideologe Andreas Mölzer nicht so. Wenn Sie sagen, Sie sind regierungsfähig und wir wählen ja bald neu, können Sie sich überhaupt unter diesen Umständen, so wie es derzeit so geht, überhaupt noch eine Neuauflage einer türkis-blauen Koalition vorstellen? Also über das denke ich überhaupt nicht nach. Ich bin auch schon einige Zeiten in der Politik, ich weiß, dass es wichtig ist, Wahlen gut vorzubereiten, einen guten Wahlkampf zu machen, ein gutes Wahlergebnis einzufahren und dann darüber weiterzureden, wie es eben weitergeht. Aber ich sage auch eines, das Vertrauen ist schon sehr erschüttert, was diese Zusammenarbeit anbelangt. Wir haben hervorragend mit Sebastian Kurz zusammengearbeitet, aber eines möchte ich auch sagen, Bei allen Regierungen, die bisher gescheitert sind, gab es eine Konstante. Die ÖVP war dabei. Aber können Sie unter den Umständen Sebastian Kurz noch vertrauen? Ich sage nochmal, ich habe mit Sebastian Kurz gut zusammengearbeitet, auch mit Gernot Blümel, aber das Vertrauen ist natürlich erschüttert aufgrund der Ereignisse auch der letzten Stunden. Aber noch einmal, es war eine gute Zusammenarbeit, es hat sehr, sehr lange hervorragend funktioniert und ich bin unendlich traurig, dass es so zu Ende gegangen ist. Sie sind jetzt designiert der FPÖ-Parteiobmann. Sind Sie auch der Spitzenkandidat bei der Nationalratswahl im Herbst? Davon ist auszugehen. Dann ist die nächste Frage. Die Bundespräsidentschaftskandidatur, die Sie ja immer auch im Amt als Infrastrukturminister verfolgt haben, ist somit vom Tisch? Also das ist etwas, das ist jetzt so weit weg, es ist immer die Aufgabe, diese Partei in einen Wahlkampf zu führen. Und was dann bei der nächsten Bundespräsidentenwahl ist, das wird man sehen, also eines nach dem anderen. Dann sage ich danke für den Besuch im Studio, Herr Hofer. Dankeschön. Ja, und das Video mit Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, das hat nicht nur Neuwahlen im Bund ausgelöst. Auch die Linzer Stadtregierung wurde heute vom SPÖ-Bürgermeister Luger deswegen aufgekündigt. Und in Oberösterreich musste als Bedingung für die Fortsetzung der schwarz-blauen Landesregierung FPÖ-Sicherheitslandesrat Botkoschek heute zurücktreten. Ein Koalitionsende, das wurde heute auch im Burgenland erwartet. Doch bis zu vorgezogenen Neuwahlen, nämlich Landtagswahlen im Jänner, hält Landeshauptmann Doskozil an der rot-blauen Koalition fest. Warum eigentlich? Das frage ich Ihnen gleich im Studio. Lautet doch die Parteilinie der Bundes-SPÖ keine Zusammenarbeit mit der FPÖ, die nunmehr... 별로 nicht so gut, wie oft die Klarheiten, die löser weise Gotthaus